Wir planen doch nix, als wenn wir irgendwas planen würden. Was traust du uns denn zu? Hallo, Minecraft-Freunde, weiter geht's in Magic Farm Survival. Okay, wir haben vor, heute einen Spawner zu suchen und den mit nach Hause zu nehmen. Und dazu kommen wir in die Mine. Wo war nochmal die Mine? In diese Richtung. Ja, Mann, komm mit. Halt, ich kann nicht so schnell, ich muss warten, bis das Ding hinter mir her ist, sonst verheddert sich das nicht auf den ganzen Weg zurücklaufen. Okay, Entschuldigung. Guck aber, hier läuft man schneller drauf. Ja, dann steckst du das so lange ein, das brauchst du erst rauszuholen, wenn du das Teil brauchst. Und dann nehme ich mein Jetpack. So. Ich habe auch für Notfälle vier wiederverwendbare Safari-Netzungen. Hilfe. Wenn man was Böses angreift. Kommst du? Ja, Mann. Ja, Mann. Ich brauche was zu essen. Hat jemand was mit? Äh, Moment. Oh, ich habe nur noch fünf Säfte. Ja, Mann, hier. Wie viel hast du noch, Daffi? Weil ich habe nur noch fünf Apfelsäfte. Ich habe nur 25. Ich habe noch, ich habe noch 64. Oh, hier ist alles voller Zillern. Euer System läuft über. Ja, Mann, komm mit. Hä? Ich bin doch hier gerade lang. Wir wollen in die Mine und wollen suchen. Ich habe keinen Plan, ob wir da einen finden, aber es wird wahrscheinlich auch das Beste sein. Wir könnten auch die RZ mitnehmen. Nein, das wollen wir ja jetzt nicht. Das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen einen, einen Dings mitnehmen. Mhm. Wo ist einer? Dingspawner, ja, das wollen wir ja suchen. Ich habe keinen Plan, wo er momentan, oder was er momentan macht. Warte mal. Laufen wir mal hier hin. Wir suchen. Geht doch in die Mine. Genau. Äh, wir sind hier in der Mine. Unten. Noch weiter unten. Wo? Ich komme mal wieder zurück. Hier geht es noch weiter runter. Nein, zurück, zurück, zurück. Sicher, Daffi? Ja, Mann, kommen wir zurück. Also, da waren auf jeden Fall ein Minenschacht und noch ein paar andere Dinge. Ob da sämtliche Spawner weg sind, weiß ich nicht. Ja, halt. Und das ist sicherlich nicht hier unten, wo ich gerade war, weil nochmal will ich da nicht runter. Ich glaube. Hä? Wo geht es denn hier wieder hoch? Hier. Wohin, Metas? Mieb. Hey, Mieb ist meine Aufgabe. Was? Mieb. Das werde ich mir jetzt als Klingelton einstellen. Mieb. Und wo, Daffi? Hier. Hey, Leute, ich habe mein Jetpack gerade nicht an. Selber schuld? Ja, klar. So, hier unten müsste er auf jeden Fall sein. Wie tief geht denn das haben runter? Ja, umrecht. Ein Stückchen. Ich will ja nichts sagen. Metas. Metas. Ja. Zurück. Was? Zurück. Wie, zurück? Ich laufe hinter Jama her. Aber ich habe keinen Plan, hinter wem Jama herläuft. Ich bin nämlich hinter dir. Ich laufe hinter, darf ich her? Nein. Nein. Ich sage, das wird lustig. Ja, das ist ziemlich. Weißt du, wie du reden musst? Ja. Wo soll der denn jetzt hin? Hallo? Und dann? Wo bist du? Da geht gerade aus. Gehe hier voran. Hm? Gehe eher. Ey. Ich bin schneller. Und du? Ah, ganz vor. Ganz vor. Okay. Okay. Laufen wir. Wie bist denn du so schnell? Was? Wie schnell? Ich? Daffi. Ich gleite an der Decke entlang. Ach, du schrammst deinen Kopf auf. Mhm. Hä, wo ist denn hier eine Mine? Hier hinten. Was? Wo? Ist klar, alle fliegen sie mir weg. Keiner hat den Plan, wo der andere gerade ist. Ja, ähm, da. Hauptsache war es immer in Bewegung bleiben, ist der Trick. Mhm. Ja. Was willst du eigentlich? Wir könnten den Spawner in den Ofen setzen, da hätten wir endlos Essen. Ah, hier. Zeug. Okay. Und wo ist hier die Mine? Hast du sie? Okay. Yama hat sie noch nicht gefunden. Wo bist du überhaupt? Ich sehe dich nicht mehr auf der Minimap. Ah, hier ist sie. Aber ich bin woanders als hier. Ja, gut. Ähm, ich würde sagen, wir teilen uns auf. Und derjenige, der einen findet, der schreit zuerst und die anderen Porten zudem, oder? Hast du eine gefunden oder war das ein Test? Nee, ich wollte nur, das war ein Test. Okay. So, okay. Warte, ich habe meine, ich habe die ganzen Erze noch nicht eintaumiert. Äh, welchen Spawner oder was für einen suchen wir denn? Spawner. Irgendeinen Spawner. Ich will einfach mal so einen Spawner. Brauchen wir noch 10 Bärenbüsche? Ich habe einfach mal einen mitgenommen. Wieso nicht? Ja, schaden kann es nicht, oder? Mhm. Also ich bin der Meinung, ich habe mich jetzt verlaufen. Verlaufen. Ich bin so eine Art Höhle, aber auch irgendwie nicht. Verlaufen ist blöd. Also nach oben buddeln kann ich nicht. Hallo, Jammert. Ich habe Klafi gefunden. Hallo. Hier ist nichts mehr. Da unten bleibt. Aber es geht... Nee, da klingt es böse, da will ich nicht hin. Da könnte ein Spawner sein. Ja, genau, danach suchen wir. Ah, da sind nochmal Büschchen. Was sind die Aluminiumbärenbüschchen? Ich werde weggespielt vom Wasser. Oh, nee, 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 nee. Au, mein Metas. Ja, ich weiß nicht. Miau. Doch, du was? Hilfe, es geht gerade Miau. Miau? Ach, das ist doch nicht so eine böse Katze. Oh, die sind süß. Nimm mir eine mit. So. Okay, äh, ja, nee. Nimm mir eine mit. Ich habe einen Spawner. Jama, kommst du zu mir? Okay, warte. Wer ist denn mit dem Altslingeln zu? Die, vor dem habe ich Angst. Aua. Wenn wir... Aua, hier ist ein Silberfisch-Spawner da drüben. Warte, 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 warte. Den will ich nicht. Nicht? Nein? Boah. Also, nicht abbauen, aber wir müssen so ein Fackeln einbauen. Jama, nimm den hier. Ich sehe ihn nicht mehr. Ach, da drüben. Hallo, hier muss unbedingt erst einer dieses Ding einbauen. Mit Fackeln und Dingsen, genau. Und den soll ich jetzt mitnehmen. Und jetzt kann ich nicht mehr fliegen. Das heißt, ihr müsst mir helfen, mich hochzubauen in solche Späße. Ja. Ich... Ja, okay. Klicken wir hin. Irgendwie kann ich den nicht nehmen. Nicht? Nee. Nein. Also, ich versuche es nochmal anders. Warte. So. Ah, Hilfe. Ich geh jetzt. Geht nicht? Nein. Haltet das Viech von mir fern. Wo ist es denn? Da. Tot. Ich könnte die Viecher einzeln mitnehmen. Ey, das wäre doch mal eine Maßnahme. Das würde ein bisschen lange dauern. Das geht nicht. Geht nicht? Oh. Das ist blöd. I'm sorry. Ja. Pfade. Hier ist eine Truhe. Pass auf, dass es keine Trapchest ist. Ist egal. Boom. Könnte ich mitnehmen. Ich hab da eben auch... Hier ist ein Aluminiumbärenbüschel. Brauchen wir noch Aluminiumbärenbüschel? Ich hab auch mal welche eingefragt. Hilfe, lass ein ganz böses Viech auf der Route nach mir. Da ist es. Drei, vier, rettet mich. Ich muss essen. Tot. Okay. Achso, essen. Genau. Da war ja was. Ach nee. Essen wird überbewertet. Hier kannst du ja von Nicht-Essen sterben. So und dort. Hey, da wollen wir hin. Entschuldigung. Nee, das geht da weg. Ich will das Lapslaps wie er scannen. Was ist denn? Weg da. Oh, ich hab hier keinen Empfang zu meinem ISIS-Team. Hey, mein Aluminiumbärenbüschel hab ich entdeckt. Und hier ist noch einer. Nee. Ist zu weit weg. Doch was ist hier noch einer? Kann man da nicht irgendwie eine Empfangsverstärkung? Ah, ich hab ein Haustier. Was denn? Ah. Musst du jetzt gerade dieben? Hier, sag mal hallo. Hallo? Was ist die? Es muss sich erst an uns gewöhnen. Warte mal, hier hinten ist da... Achso. Ich glaube, ich hab's gesehen. So was. Na ja, gut. Mietzos, guck mal, mein Heuskirchen. Ich erkunde die Höhle. Ja, warte auf mich. Wenn wir schon keinen Spawner mitnehmen können... Ich meine, Erze brauchen wir ja gar nicht mitnehmen, ne? Mhm. Weil da haben wir ja reichlich. Hier, das ist... Hier, nur irgendwas. Ah, Decke. Ja, ist auch nicht. Oh, warte, die... Äh, was sind das für welche? Mietzos, mein Hundi ist auf mich zu uns. Guck mal, ja, dann nimm die mit. Jo, hab ich mitgenommen. Hier, Mietzos, mein Hundi. Ah, was? Ah, woher ist Hundi? Ich bin ernst. Da bringt ihr mir so viel damit. Ah, hier unten geht's auch noch weiter. Ich werd wieder weggekriegt. Halt, ich hätte das Viech scannen können, ich doofi. Äh, ja, ich hatte es schon mal gescannen. Meins, 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 meins. Deins, deins? So, warte mal. Oh, hier ist... Halt, den nehmen wir mit. Was ist hier noch? Wieso willst du den unbedingt mitnehmen? Oh, hier ist, äh, hier ist so ein Rock-Half, aber da haben halt kein Dings zu führen, ne? Ähm, meinst du diese Netze? Ne, hab ja... Halt, häh, 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 häh... Was, den brauchen wir ja dafür. Die Essenzen. Brauchen wir ja dafür. Bitte was, Essenzen? Essenz-Fairn, meinst du das? Nein, Essenzen. Die man kriegt, wenn man so ein Ding... Achso, das sind diese Scherben, kriegt man doch da raus. Ja. Hilfe, hier ist noch ein Spawner von Creepern und Spinnen und rettet mich. Und warum haben wir eigentlich so ein Ding, was Erze aus dem Boden holt? Das Ding macht das ganz langweilig. Hat gar nichts mehr zu tun. Man ist nie unter Tage, man macht auch gar nichts mehr. Halt, dich nehmen wir auch mit. Ja, aber wir können die Höhle erforschen, dass es doch auch was wäre. Halt, Hilfe, Creeper. Die Natur völlig unberührt lassen. Hauptsache, wir finden nie wieder nach Hause, weil ich habe hier irgendwie gar keine Home-Punkte. Doch, da, grün ist dahin. Gut, da muss ich das dann halt dahin, ne, so. Könnt ihr so halbwegs ohne Home-Punkt heimfinden? Das ist ja voll. Ja, mal hinter dir, Creeper. Okay. Au, warum machst du hier Lava hin? Ich habe hier keine Lava hin gemacht. Warum machst du sie dann nicht wieder weg? Äh. Was habe ich denn hier eingesammelt? Ne Höhlen-Spinne und ein Creeper und ein wütender Zombie. Ja, ich freue mich. Glückwunsch. Die tue ich dann alle in den Ofen. Dann muss ich nicht gegen den Ofen kämpfen. Wieso willst du die in den Ofen machen? Wenn man diese Superviecher in den Ofen schmeißt, also nicht gegen die kämpft, sondern die in den Ofen schmeißt, und dann den letzten Schlag, bevor sie sterben, selber macht, kriegt man trotzdem die Rüstung. Man muss also nichts machen. Egal, wie stark die sind, der Ofen macht die down. Okay. Ich habe keinen Plan, wo du jetzt mal mit haben bist. Ach, denn. I'm coming after you. Ich gucke mich hier überall um, leuchte aus und gucke, mache und tue. Vielleicht entdecke ich ja irgendwas ganz Tolles, aber ich glaube nicht. Wir haben Spaß an der Freude. Ich habe noch einen Creeper. Oh. Wie nimmst du den denn? Ach, hier ist ein Creeper-Spawner, deswegen. Mach da mal einer Licht drauf. Danke. Die drei Muskelhöhlen-Forschung. Ja. Metos, willst du ein paar Haustiere? Ich habe hier welche. Nein, deine Haustiere will ich nicht. Am besten, die die Bumm machen. Ja, habe ich auch zwei. Moment, wo ist Metos überhaupt? Am besten will ich nicht. Ah, hier drüben. Ich finde dich, ich finde dich, ich finde dich. Okay. So, Metos ist jetzt in diese Richtung hier drüben. Ich versuche es mal da. Metos, kann es sein, dass du von uns wegläufst? Nein, ich erforsche eine Höhle. Höhöhle. Eine Höhöhle. So laut Minimap sollte er hier drüben sein. Ja, aber auf einer anderen Ebene. Er wird heller, wenn man... Ah, ganz weit oben ist er. Moment. Metos, wie weit bist du denn hochgegangen? Ich werde ihn finden. Ich finde ihn, ich habe ihn. Ich will ihm meine Haustiere zeigen und er muss mir sagen, welches ich behalten darf. Jo. Los, mir nachher einmal. Hier ist er. So, wir hätten dann einmal, äh... Ich erkunde... Au, warte mal, guck mal, hier nimmst du noch mal Wind, Duffy. Weil du hast ja schon welche, dann brauche ich mehrere Inventare vollklassen. Den hier und den hier und den hier und die hier. Aua. Ich bleibe mal mit sicherer Distanz. Welchen darf ich denn davon behalten? Äh, den da, wütender Zombie. Juhu, meins? Der kommt in dein Zimmer. Nein, mit Sicherheit nicht. Leute, was plant ihr da? Wir planen doch nichts. Als wenn wir irgendwas planen würden. Was traust du uns denn zu? Oh. Au. Jetzt ist das Haus hier gestorben. Ihr habt den tot gemacht? Nein. Äh, der... Doch, haben wir. Ich habe den tot gemacht. One-Hit habe ich den. Okay. Mörder. Auszieher Mörder. Hey, du hast es ja immer gesagt, der ist böse. Mhm. Wenn Hundi nicht hört, dann ist Hundi halt nicht lieb. Wer nicht lieb ist, der muss fühlen. Warte mal, in diese Richtung müssen wir doch irgendwie, ne? Oh mein Gott, es verfolgt dich was, Mythos. Ich werde es gleich angreifen, um dich zu... Okay. Äh, nein. Au. Mach's weg. Okay. Au. 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 Hey, was fällt euch ein, mir das Ding vorzusetzen? Das ist euer Haustier. Äh, denn so ist richtig. Hey, das wolltest du doch unbedingt haben. Okay, aber ich wollte irgendwie mal wieder nach Hause. Ja. Schön, dass ich nicht mehr irgendeinen Schaden bekomme von dem Ding. Aber es mag dich lieber. Und ich weiß nicht mehr, wie und wo. Nach oben kuddeln. Das ist doch ganz einfach, hier wieder rauszukommen. Wofür braucht man eigentlich Quecksilber? Quecksilber, das ist irgendwas von, äh, Thumbcraft. Gut. Und damit macht man was? Äh, Thumbcraft. Ja, und was geht damit? Äh, viel. Nach oben müssen wir hier hin? Ich hab den Weg gefunden. Echt jetzt? Ich find aber nie wieder zurück. Wieso denn nicht? Weil ich einen anderen Weg genommen hab. Ich bin jetzt irgendwo im Meer. Och, äh. Okay. Hallo, Creeper. Meer ist doch schön. Alter Falter, der hat mir ordentlich eingegeben. Äh, theoretisch müsste es hier rausgehen. Ich. Nee, wo kommen die denn alle her? Meins. Nein. Echt jetzt? Das ist ein Fire Spawner? Ja. Einer, der richtig nur mit Fire Spawner schmeißt? Mhm. Und was war das? Äh. Ein Boom. Metos, was hast du gemacht? Ich weiß es nicht. Das war hinter mir. Ich hab da Zombies und hier und Peng und... Ja. Keine Ahnung. Genau. Hallo, Spinne. Ich sollte also glauben, dass es auf einmal so bumm. Warte mal. Metos. Es macht grundsätzlich nie etwas einfach so bumm. So. Irgendwie... Ähm... Seltsam. Seltsam. Oh, hier ist noch eine Spalte. Ähm... Ich habe hier eine ganz seltsame Höhlenspinne gefunden. Wieso? Mag die dich? Die ist ganz lieb. Oh. Ich würde sagen, ja. Nimm sie mit. Die tut nichts. Ich würde sie ja mitnehmen, aber das geht irgendwie nicht. Äh... Brauchen wir noch Kühe oder Schafe? Metos. Alter, die Creeper, die gehen einen auf den... Ne? Au. Metos, brauchen wir noch... Ich bin am überlegen, wie ich die Spinne hier kriege. Brauchen wir noch Schafe oder Kühe? Oder Kühe? Kühe. Brauchen wir noch Kühe? Ich weiß es nicht. Äh... Kühe müssen wir doch eigentlich haben. Schafe müssen wir auch haben. Ne, komm mal mit hier. Hier. Kaffee. Komm mal bitte mit. Dann lasse ich die Kuh hier unten. Komm mal bitte mit. Das ist jetzt die Hühlenkuh. Ich bin doch da. Was, was, äh... Irgendwo hier war das. Warte mal. Da ist die Lava. Hier. Hier. Hühlen-Spinne. Ja. Ich kann sie nicht mitnehmen. Irgendwo stimmt die Hühlen-Spinne nicht. Geht nicht. Die will nicht in Zerfagen-Netz rein. Machst du was falsch. Doch, nee. Dann ist das nur eine Attrappe. Die Spinne? Die sieht nicht aus wie eine Attrappe. Hier, du bist bei mir. Nee, doch. Das ist eine Attrappe. Schon wieder so einer. Und wie, äh... Wieso... Wieso ist die so komisch da? Und, ne? Übrigens, ich habe hier einen Zombie mit 320... Richtig. Man kann sie auch nicht abbauen. Man kann sie auch nicht abbauen. Ich habe hier einen Zombie mit mit 320 Herzen. Der glitzert auch so komisch. Oh, schön. Jetzt ernsthaft. Darf ich den behalten? Moment, geht es wie bei dem Ei? Du darfst nicht mit dem spielen. Nein, geht nicht. Wie oft muss ich mich denn hier hoch... Kann ich im Hover-Modus... So, David, du führst mich jetzt nach Hause, weil ich habe hier keiner... Irgendwo in... Hier ist die Kuh. Also, ich wundere mich hoch. Nimm die Kuh mit. Wo? Äh, dann müsste es hier jetzt irgendwo wieder rausgehen. Aber warte mal. Mach das mal so. Okay, ich bin hinter dir. Okay, das könnte vielleicht ein Fehler sein, aber gut. Äh, ich glaube, ich baue mich gerade in der Wand von irgendwas hoch. So. Was hast du mir jetzt schon wieder angestellt? Ich gar nicht. Wo bist du, Taffin? Du hast doch gesagt, du bist hinter mir. Äh, Taffi, ich baue mich gerade in der Zwischenwand von irgendwas hoch. Da bist du. Aber auf jeden Fall geht es hier auch raus. Findest du? Warte mal, da. Wann bist du mich? Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Okay. Okay. Gut. Also, eigentlich wieder... Ja, hier waren wir auf jeden Fall. Mhm, dann müsste es jetzt hier... Licht! Licht! Bin draußen! ...nach oben gehen. Was? Ich bin in irgendeinem Dschungel gelandet. Hier, Metos, komm zurück zum Spawner. Hinter dir. Ich habe eine Dschungel gefunden. Okay. Dschungel! Metos, was... Ah. Metos, weißt du, was du mir versprochen hast, was wir bis jetzt immer noch nicht gemacht haben? Was? Das Ganze mit den Bienen. Wir haben so viele Bienen und hier hängen so viele Bienenstecke. Wir haben nicht einmal irgendwas mit Bienen. Dann müssen wir in der nächsten Folge mal... äh, auf, auf, äh... Bienensuche gehen und mit Keschern. Ich finde es schön, wie du auch mit verbrannt bist. Ja, ähm, ich folge dir, weißt du doch? Ah, ich bin fast abgewogen. Was Sinn des Wortes? Was? Ich bin nur falsch abgewogen. Ist nichts Schlimmes. Und dann ist ja gut. Ich weiß immer noch, wo es hingeht. Das sieht gerade nicht so aus. Also, Metos, außerdem haben wir so viele Welten, wir haben insgesamt noch 79, noch 89 Biome zu erkunden. In diesen verschiedenen Welten. Wir haben noch so viel vor uns. Ja, aber ich glaube, ich glaube, dein Server wird das nicht aushalten, wenn wir so viele Biome erkunden. Der hält das schon aus. Das hat er letztens schon bei der einen Welt da so fies geleckt und so. Nein, ja, weil wir sonst wie weit geflogen sind, aber sie sind ja nicht auf der Welt. Darf ich, wo bist du? Ich habe gedacht, dass du nicht hinterher kommst. Äh, da bist du. Okay. Ich habe so ein Slime-Ding gefunden. Soll ich was mitbringen? Das sieht bekannt aus. Das sieht bekannt aus. Das ist doch nicht so schwer, hier sich zurechtzufinden, Metos. M, Wegpunkte, neuer Wegpunkt. Oben, zwei. Fertig. H1, hier zu teleportieren. Hier war ich schon mal. Ich bin gleich zu Hause. Ich bin gleich zu Hause. Ja, wir auch. Ich bin gleich zu Hause. Wir sind gelaufen. Ich, von dem bin ich gerade, weil ich mich nach oben gebaut habe. Hm, so. Da könnte ich vielleicht auch springen, was vielleicht ein bisschen schneller wäre. Bist du noch hinter mir, Metos? Ich bin, ich bin, ich bin gleich da. Glaube ich. Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt, äh. Oh, ich bin verlassen. Ich weiß nicht mehr, warum ich da hin kann. Hey, irgendwas ist hier. Geh auf jeden Fall nicht da, wo du jetzt die Blöcke aufploppen siehst. Ähm. Ach man, das macht keinen Spaß, wenn du es nicht siehst. Tüb, 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 tüb. Ja, ich bin zu Hause. Irgendwie habe ich es geschafft, den Weg zurückzufinden. Das ist blöd mit dieser Lampe. Man bleibt jedes Mal dran hängen. Warte mal, dann hängen wir die etwas höher. Ist hier kein Ding. Hm, haben wir noch was höher. Äh, wer will, wer will diesen Superzombie mit dem Ofen töten? Und außerdem, wieso ist da eine Fackel? Ich schau gern zu. Kann man da gar nicht sein. Dann kommt mal her. So. Warte. Warte, ich würde ihn gern noch in dieser Folge umbringen. Was, wen umbringen? Wo bist du? Diesen Superzombie. Wo bist du? Oh, wen. Im Ofen, über den Ofen. Über den Ofen. Oh, wie das? Was, ach da. Vorsicht, ich mache rein und klappe zu. Und jetzt erstmal warten, bis er viel Schaden bekommen hat. Ach, ist das so ein unsichtbares Ding? Oder nachschauen was. Ja, ist es. So, äh. Oh, der kann sich regenerieren. Das bedeutet, ähm. Lass ihn einfach dafür. Wenn er einmal down ist, dann regeneriert sich er voll. Und gibt allerdings nur mit so viel, äh, Wiederheilung, wie der Ofen ihm abzieht. Das heißt, danach müssen wir rein und dreimal mit dem Schwert draufhauen und er ist tot. Und wir kriegen das alte Wasser drop. Ähm, warum machen wir nicht einfach das Glas hier weg und hauen da drauf? Nein! Der haut, der teleportiert sich dann durch die Kante und dann ist er draußen und er macht dann Unsinn. Echt jetzt? Aber wenn wir da reingehen, dann kriegen wir Schaden. Nein, erst müssen wir warten, bis der Typ einmal komplett down ist. Dann regeneriert er sich einmal und dann können wir ihn tot machen. Das dauert aber eine Weile. Okay. Äh, okay. Was heißt eine Weile? Weil wir haben schon 20 Minuten. 26, also 25. Ja, ungefähr so lange. Äh, nein. Nein, 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 bitte nicht. Dauert auch nicht. Ich seh den nicht mehr da drin. Ich seh den auch nicht. Ich seh nur so Kringel hier auf. Außerdem kriegen wir immer mehr Blut. Das kann man essen. Da kriegt man sogar noch extra Herzen dafür und das hält eh nicht. Dann lassen wir ihn doch da drin. Ja, lassen wir auch. Aber so kriegen wir erstens das Blut und zweitens kriegen wir auch noch das alte Wasser drop. Was die Frage halt ist, wenn wir ihn nicht töten, was dann mit dem Server ist, wenn der hier sich selbst heilt und da ein paar... Nichts, der die spawnt nach einer Weile, weil der Chunk hier nicht geladen ist. Äh, ich hab... Weil ich wäre dafür, wir lassen den hier drin. Nein, äh, wir haben doch einen Chunk-Loader hier irgendwo. Ja, aber das ist nur für einen Chunk. Das hier ist ein anderer Chunk. Nein, das ist doch erweitert. Nein. Ich hab den auf 121 Chunks eingestellt, also Gradius 6, damit die Basis hier geladen ist. Die komplette Basis. Auf jeden Fall ist der... Äh, na gut, wenn ihr meint. Das heißt, die Werkstatt ist auch klar. Was glaubst du, warum das Ding da oben funktioniert und alles weiter sammelt? Also das hier ist definitiv mit drin. Auf jeden Fall die Spawner, mach mal beide. Also der Chunk ist auf jeden Fall geladen, in dem wir drin stehen. Guck mal, der ist schon auf ein Drittel down, der Zombie. Wenn das erstmal fast tot ist, dann regeneriert er immer nur noch so viel, wie der Ofen ihm abzieht. Das heißt, wenn wir dann zweimal draufkloppen, ist er tot. Jedes Mal, wenn er... Ach, macht er ein Stück weniger. Ninja Ender Regen. Aber ich kann da irgendwie gar nichts sehen, außer Kringel. Du musst versuchen, auf die Kringel zu zielen. Ich hab seinen Namen gesehen, aber keinen Herzen gesehen. So, warte, 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 warte. Eben gerade hab ich doch... Da. Okay. Der ist aber irgendwie... Der sieht aber immer noch ziemlich voll aus. Jetzt haben wir angefangen, jetzt kann man draushauen. Bist du ernsthaft? Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Wie weg? Wo ist er denn hin? Keine Ahnung. Da geht's nicht, der ist hier raus. So, nein, ich hab mein Safari-Netz. Ihr bleibt drin. Hilfe, der Spawn hier hunderte neue. Hilfe? Du bist meine und du bist meine. Und warte, du bist vor allem meine. Äh, Jana, ich wollte die jetzt kaputthauen. Nein, das schaffst du nicht. Das kann doch interessant werden. Ich hab ein Superschwert. Oh Mann. Meines ist auch echt schön. Der hat nur noch 80. Zeig mir mal dein Schwert, wenn ich das. Okay, äh, was ist mein Schwert? Wieso, was ist mit meinem Schwert? Das ist gut. Ich will es mir mal anschauen. Also ich find das gut. Wir haben jetzt zwei von diesen Super-Zombies. Einer ist davon ein Vampir. Echt jetzt? Gibst du mir mal ein Schwert wieder? Was passiert, wenn wir Vampir-Blut trinken? Das hier ist meins. Okay, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Also quick, Auto-Repair, Rain of, warte mal. Okay, Sharpness. Warte mal, Sharpness? Hatte ich nicht auch Sharpness hier? Naja, das mit dem weißen Ding ist deins. Das, das du jetzt hast, müsste meins sein. Also in der Hand gerade. Äh, nein, das ist deins. Also meins, okay. Weil ich hatte das da. Ja. Äh, was hab ich denn? Oh, wie kommt denn der hier raus hier? Au! Was, ich verhungerte? So, ich hab hier grad einen Zombie platt gemacht, der hier raus ist. Ja, mal, der hier rumspaziert ist. Geht nicht rein, geht nicht rein. Ich, ich, ich muss mir mein Items wiederholen. Nein, der war draußen, ja, mal. Könnt ihr mir mal hochhelfen? Wohin denn hochhelfen? Wo bist du denn? Hoch, in den, ich muss hoch auf den Ofen. Auf den Ofen? So. Danke. Ja, ich konnte nicht mehr Zeit wieder. Äh, ja, Mann, da war gerade ein Zombie hier draußen. Den hab ich gerade platt gemacht. Nein! Jetzt fällt das wieder weg. Metos, ihr habt alle meine Items eingesammelt. Ich hab nur eins eingesammelt. Äh, nein. Weil ich hab da hinten nur einen Zombie getötet und das eingesammelt. Von dir hab ich gar nichts eingesammelt. Hilfe, ich kann nicht fliegen. Rettet mich, kommt rein und tut den Zombie töten. Ich hab keine Rüstung. Tos! Okay. Au! Wo ist er denn? Oh, du holst mich hier raus. Aua! Death Attack Smeltery? Da ist er. Da ist er. Ah, jetzt seh ich nen auch. Ich hau mal von oben mit drauf. Jo, also das kriegt von mir jetzt ordentlich Hauer. Mhm. Ich seh da nicht, mein Schwert zu wehren, aber ich glaub, ich krieg den down. Ist er down? Wenn ihr da drin mein Schwert findet, das hätt ich gern. So. Ich glaub, das hab ich eingesammelt. Wie schaut's bei dir aus mit der Gesundheit und mit dem, ähm... Ja, noch geht's, 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 geht, geht, alles gut, alles gut. Hey, wir hatten hier das... Ach, das ist alles in dieses komische Grab rein. Weg da, da ist kein Zombie mehr. Au. Ey, nicht zumachen, wenn ich reingehe. Au, rettet mich, holt mich raus, holt mich raus, holt mich raus, holt mich raus. Ja, Yama, wie sollen wir dich denn da rausholen? Mir egal, hol mich raus, schmeiß die Blöcke runter. Kannst du da drin was einsammeln? Ja, aber schmeiß mir Blöcke runter. Hier, ich... Da. Moment, ich hab dir dein Jetpack runtergeschmissen. Hunde müssen die Schind setzen, ich kann sonst da nicht drauflaufen. Wie will ich denn drei Blöcke hochspringen? Yama, hast du es eingesammelt? Das sind... Metos, du hast das zwei Blöcke hoch. Hier, raus, komm. Ach so. Metos, das Ding ist zwei Blöcke hoch, was du da gebaut hast. Ich kann nicht zwei Blöcke hochspringen. So, und wo ist das Glas hin? Das ist Glas. Das Glas verschwindet. Wenn man es abbaut, ist es... Ach, das war das normale Glas. Ach, Mist. Hm. Ähm, Yama. Hilfe! Yama, geh da raus. Ich rette dich nicht mehr, ich sag's dir. Nein, jetzt reicht's, ja, aber ich muss das Ding unter und drunter abbauen, aber das bewacht irgendwie ein Skelett. Hä? Kommt da ein Skelett rein? Wartet mal, äh, reicht das, wenn man den Grabstein abbaut, oder muss man den Block unter dem Grabstein abbauen? Der Grabstein. Der Grabstein. Gut. Weiß, als hätte ich das ganze Blut verschwenden müssen. So, dann verschwenden? Wie viel hätten so einen Grabstein auch? Alter, wie viel Blut da drin ist? Ja, wobei die Anzeige auch verpackt ist. Ah, ich war aber eine ganze Woche hier am Zombie Pigments, also Nervous, holen mit den vier Safari-Netzen hier reinsetzen. Yama, ich hab jetzt einen Grabstein in der Hand. Den kannst du behalten. Ich hab mein Zeug wieder. Ach. Äh, schaust du mal in die Kiste hier? Zumindest, ey, du hast noch mehr als keins. Yama. Aber nichtsdestotrotz, das reicht für diese Folge. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss. 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 Hä, was macht der denn?